Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Doom. Es ist spannend geblieben und ja, es wird Zeit für uns, ins Finale zu treten, Alter. Es riecht und fühlt sich an nach Finale. Oh. Mein. Gott. Und ich habe nur pisselige Waffen. Oh Gott. Natürlich geht die Tür zu. Warum denn nicht? Okay, pass auf. Ich wähle schon mal die richtigen Waffen aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist Vega. Achtung. Was? Schutz für neutrales Schloss aktiv. Kann ich hier? Okay. Müssen, glaube ich, erst die anderen Computer, glaube ich, erst oder irgendwas hier tun. Weg damit mit der Scheiße, genau. Jetzt kriegen wir bestimmt Besuch gleich. Boah, ist der übel. Puh. Du packst das schon. Ja, ich hoffe. Boah. Das Auge, das Auge volldingt. Das Auge Saurons. Mein Herr und Gebieter. Der Vorgang ist abgeschlossen. Danke, Vega. Ich bereue vieles, Dr. Hayden. Yeah. Abgeschlossen. So, da haben wir es also. Dann würde ich sagen, auf zum Finale. Das heißt, wir müssen zum Brunnen. Und dann... Ja. So, Agent D. Newer. Durch Vegas Vernichtung hast du ein Portal direkt in das Herz der Hölle geschaffen. Jetzt musst du die Energiequelle der UAC finden, die als der Brunnen bekannt ist. Mit dem Schmelztiegel kannst du die Energie des Brunnens absolvieren und so dauerhaft unter Kontrolle bringen. Das heißt, wir sind jetzt direkt in der Hölle. Also im Herzen der Hölle. Und... Da werden wir jetzt erstmal... Die Energie des Brunnens absorbieren. Und ich will nicht wissen, was in der Hölle auf uns wartet. Es wird wahrscheinlich der Teufel sein. Und durch die ganzen Pädagramme, die ich hier sehe, vermute ich mal, dass es der Teufel sein wird. Der Brunnen. Ui. Ja. Willkommen. Na, fängt ja noch harmlos an. Es ist sehr rot hier. Möchte ich nur mal so anmerken. Und es wirkt alles sehr beruhigend. Ach, guck mal, da hinten ist ein bisschen Lebensenergie und Schild. Da gehen wir nochmal hin. So, maximal. Hier gehen wir auch nochmal gucken. Da ist noch eine Chaingun-Munition und so. Das nehmen wir alles mit. So, und ich würde echt behaupten, dass wir aufs Finale zugehen. Um Gottes Willen. Oh. Um Gottes Willen. Um Jottes Willen. Oh. Ist das... Ach, guck mal, wie cool es ist, sie mitdreht. Hui. Ist das die Einrichtung auf dem Mars? Ich glaube schon, oder? Sieht zumindest danach aus. Warte, ich muss mich mal eben... Klar, Moment. Ah. Ist das schrecklich, wenn es irgendwo anfängt zu jucken. Und du juckst an der Stelle, aber das ist gar nicht da. Und dann juckst du wieder an der anderen Stelle und es ist immer noch nicht da. Ach, guck mal an. Hallo, Jungs. Hü, was? Ach, guck mal. Der da hinten, der Drecksack. Ich glaube es ja wohl. Da lief doch gerade noch einer, oder? Hm. So. Zeit für euch wieder in die Hölle zu fahren. Ja, dann wollen wir mal. Auf geht's. Tyrannimo! Warte mal. Ich hab da was für dich. Lass das. Lass das. Lass das. Hab ich dir gesagt. Bam. In die Fresse. So. Fuß ab. Reich für dich. Guck mal, da ist ein Portal. Aha. Noch ein Portal. Ach, doch ein Portal. Auch schön. Das heißt, da müssen wir wahrscheinlich... Was? Wer? Wo? Schon wieder du da oben. Ich glaub's doch wohl. Deine Mama, den ich beten beigebracht? Mann. Oh oh. Ich glaube wir kriegen Besuch So Yeah Bam Kopf ab Komm her, kriegst du einen in die Fresse So Wer will nochmal, wer hat noch nicht Yeah Bam Hallo, wo ist er hin? Da ist er So, ciao Scheiße, ich habe keine Muni mehr Äh, ich habe keinen So Weg mit dir, du stehst im Weg Oh, Gisela Mann, was habe ich dich vermisst So, hier, ess auf Ist genug für jeden da Schwaps So, dann bin ich erstmal weg Ich glaube die Oh, wer ist er denn? So, du bist erstmal weg Ich stehe vollkommen falsch Ja, lass das, ist okay Warte, 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 jungs, warte, jungs, ich hab gleich was für euch, warte, jungs, so, Moment. So, tschüss, Gisela, mach's gut. Ich würd mal gerne wissen, wo das rote Portal mich hinführt. Wer war das denn gerade, der da hin und her geschwappt ist? Den kenne ich, ach, hier, ach, die Mutti ist wieder da. Mutti, hör auf, du Mutti. Mutti, hör auf damit, hör auf damit, hör auf damit, hab ich gesagt, hör auf, hör auf. Ach, guck mal, Gisela ist auch wieder am Start, auch schon wieder am Stissel. So, warte mal. Wo ist denn die Mutti? Mutti, hör auf damit. Warte mal schreit, ne? Hm. Yeah. Ich glaub, das war's, ne, oder? Boah, Gott sei Dank. Huh. So, dann gucken wir's nochmal um, wegen Munition und alles. So, äh, lalalalala, was nehm ich denn? Ja, ich bleib mal bei dem Gauss-Gewehr und bei dem, äh, Maschinengewehr. Ah, Moment, ich muss, glaub ich, mal ein bisschen husten. Warte mal. So. Wo führt uns das Portal denn hin? Ach, schön, hier oben. Okay, hier war ich noch gar nicht. Trotzdem, bevor ich jetzt weitergehe, guck ich jetzt erstmal nach, ah ja, mhm, nach Munition. So, warte. Hier vielleicht nochmal irgendwas oder so. Nein, nein. Lebensenergie-Schild oder so, wäre vielleicht mal ganz von Vorteil. Hier vielleicht drüben. In der Ecke? Nö. Hm. Von hier kamen wir ja, ne? Ja, von oben kamen wir. So. Dann gucken wir doch. Ach, guck mal an. Nein, immerhin 15 Schild. Ich möchte nicht zu viel erwarten von dem Spiel. So. Also, auf geht's. Boah, wie cool das hier aussieht. Geil. Alter Schwede. Oh Gott, 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 oh Gott. Ja, ist doch gut. Feiern die da ne Demo, oder was? Oh, ciao. Wo ist er hin? Hallo? Ach da. Hi. Ist doch gut, ey. Meine Güte. Zeit, dass die Stimmbänder wieder gezogen werden. Aha, da ist schon mal. Ach, da sind noch mehr. Guck mal hier. So, Armbreaker nennt man das. So, Rückenbreaker. So, Armbreaker. Yeah, Armbreaker. Well. Na, wo ist er hin? Kopfbreaker. So, Magenbreaker haben wir auch noch da. Und was haben wir hier noch? Ah, nochmal. Gesicht schlagen haben wir auch. So, jetzt muss ich nochmal kurz nach oben kommen. Ich würde gerne nochmal den Knopf drücken. Bevor ich jetzt da hingehe. Oder hier hingehe. Komme ich hier nach oben? Hallo? Warte mal. Na, lass, lass das. Scheiße, wie komme ich denn nach oben? Verdammt. Habe ich mir jetzt selber jetzt... Aua. Wieso juckt es mich denn jetzt mal? Hat es mir jetzt gerade selbst verbaut, nach oben wieder zu kommen? Weil da komme ich anscheinend nach dort. Aber ich würde gerne nochmal nach oben das Knöpfchen drücken. Okay, gehen wir erstmal hier lang. So. Geh weg, habe ich dir gesagt. Ba-bam, ba-bam, ba-bam. Was willst du denn? Wo ist ein Kieferbruch? So. Schild nehmen wir nochmal mit. Ah, wie komme ich denn nach oben, um das Knöpfchen zu drücken? Ich muss doch irgendwie wahrscheinlich nach oben kommen wieder, oder? Hm. Na gut, dann gehen wir doch erstmal hier lang. Wenn der Spieler so möchte. Aber es ärgert mich ein bisschen, dass wir den Knopf da nicht... Oder komme ich hier nochmal hin? Hm, Automat gespeichert. Weil ich will ungern jetzt wieder da rüberspringen. Komme ich echt nicht mehr zurück? Das wäre echt ärgerlich. Weil die Steine stehen ja echt so, als könnte man da russpringen wieder. Ah, verdammt. Ne. Ich glaube, das reicht nicht. Oh, nochmal Schild aufgesammelt. Da oben, den Knopf würde ich gerne drücken. Den da, den da. Hallo. Ne. Verdammt. Tja, dann nicht. Dann gehen wir weiter. Und gucken mal. Huah. Alter, huah. Ich schreck mich doch nicht so. Ah, guck mal. Da geht's auch noch lang. Ja, natürlich. Hier, Drecksäue. Ah, guck mal an. Der Mann mit dem grauen Stahl ist schon wieder da. Mit dem zweiten sieht man besser, habe ich gesagt. So. Bisschen umgucken, Augen aufhalten, ob man vielleicht doch nochmal einen anderen Weg findet, aber... Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Hö, Tyrannimo! Oh, das gibt's doch gar nicht. Nein, das mache ich jetzt nicht. Nein, das habe ich jetzt nicht getan. Oh, doch, habe ich. Ich habe gedacht, ich fall jetzt runter. Hö. Komm her. So. Nein, was? Was? Das gibt's doch gar nicht. Verdammt. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Da matche ich denen einfach mal eine ins Auge mit der Faust. Und dann falle ich durchs Level. Okay, vielleicht sollte man bei denen einfach mal... Hm. Vielleicht sollte man bei denen einfach mal die Granaten einfach nur benutzen. Oder den Raketenwerfer. Oh, jetzt schon wieder. Ah, jetzt kann ich nochmal das Knöpfchen drücken. Sehr geil. Das mache ich jetzt direkt. Vielleicht geht dann die Tür hier auf. Mal gucken. Ja, 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 ja. Ist ja gut. So, tschüss. So, tschau. So, ist auch schon mal weg. Okay, dann können wir hier die Sachen sammeln. So, Munition. Und dann nicht jetzt runterspringen, sondern erstmal das Knöpfchen drücken. Und dann gucken wir mal. Gibt bestimmt die Tür offen hier, oder? Äh, wo war denn jetzt die Tür? Ach, die war oben. Geheimnis gefunden? Okay. Warte mal, von hier sind wir gekommen, ne? Was hat das denn jetzt gebracht? War das die Tür, die aufgegangen ist dann? Wie mache ich die Tür offen? Hm. Spiel weiter! Du ziehst voll das Let's Play in der Länge. Ja, 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 ja. Ist ja gut. So. Hallo? Wo ist er hin? Ach, da. So, einen im Magen, einen ins Gesicht. So, einmal in den Armen durchs Gesicht ziehen. So. Jetzt spare ich mir den Weg auch wieder nach da hinten nochmal. Uah. Jetzt kommen die hier wieder, ne? Genau. Tschüss. Hallo, mein Freund. Ja, 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 ja. Uah. Nein, uah. Uah. Der schubt mich fast runter. Der Drecksack. Ja, du. Das würdest du jetzt dir wünschen, ne? Warte mal. Ne, 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 ne. Freundlich nicht mit mir. Ich mach keinen Finisher, äh, über die Luft. Höh. Nein, nein. Was? Oh, wieso hat er den Doppelsprung denn schon genommen? Oh, das ist so ärgerlich. Das gibt's doch gar nicht. Ach, verdammt. Mann. Was? Ich mag die Franzosen. La Baguette, la Camembert. So. Ähm. Dann wollen wir nochmal. Ich hab's mir gerade selber nochmal angeguckt. Mein Gesicht beim Springen. Das ist sehr lustig. Okay, jetzt nochmal gucken. Ist die Tür zu jetzt hier links?